Ja. Der den Akku, was der sofort anspringt? Mhm. So. Die sind ja leise. Aber was für einer rückwärts spielt, das habe ich doch nicht gesehen. Ja, das können die heute. Der kostet auch ein bisschen, ne? Ja, kosten. Schon kein Spielzeug. So, wenn er einmal am Boden kommt, ist er kaputt. Dann ist er kaputt. So, ist die hoch? Kann man noch nicht? Habi, flieg mal hoch. Oh, das gibt's doch mal nicht. Der sieht man in der Trau. Ich dachte, der war arg. Da muss man aber öhen, oder? Ja, da muss man jeden Tag dabei bleiben. Ja, für Kinder ist das nicht. Nein, ist das. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Ja. Ach so, der fliegt auf den Kopf jetzt. Ja. So. Ich hab' man jetzt nicht gesehen. Ja. Die gibt's auch in groß. Das ist ja jetzt so ein kleiner. Ja, den kriegt man für 200. Ja. Ich hab' mal einen gesehen, den hat er gar nicht, gar nicht wiedergeführt. Ja, das passiert am Zug. Ja. Ich hab' das schon. Okay. Guck mal, eh? Gibt's doch da? Guck mal. Das ist ja lang. Und wie...